es waren sogar knapp erst drei stunden wir hätten hier so viel spaß haben noch glaubt mir alles klar und da war ein wunderschönes halbier zu einem weiteren projekt wir werden jetzt anfangen hier und da mal ein paar lego spiel zu spielen und wir fangen an mit harry potter die jahre 1 bis 4 wir kommen uns jetzt mal genau einfach auf neues spiel gehen und kommen uns noch ja genau auf das ja überschreibe ich will aber nicht spieler anziehen okay intro mhm mhm oh 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 So Und damit sind wir jetzt An unserem ersten Gebiet Wo wir uns dann jetzt erstmal gucken, dass wir alles hinkriegen Und sehen wir uns wieder Ja Nach Gefühlt, also das waren sogar knapp jetzt Drei Stunden hänge ich jetzt eine Kau an den Ecke da hinten Aber Es funktioniert, wir haben es jetzt endlich mal hinbekommen Ob das Problem wirklich darin liegt, was ich denke Das werde ich nochmal anders mal checken Aber jetzt, sagen wir mal, wir haben es jetzt geschafft Das funktioniert Das war ich nicht, das macht er, wenn er wartet Ja, also Fakt ist eine Sache, wir können ja nicht spielen Ich bin trotzdem Spieler 1, Spieler 2 Wir können jetzt endlich Lego Harry Potter spielen Nach 2 Stunden, die wir gebraucht haben So Wie man sieht, hier geht gerade voll auf Ja Schön alles verzaubern Wir brauchen, also die Münzen dringend ist eine ganze Menge Hier siehst du oben ist so eine Münzkette, weißt du Geht das hier auch irgendwo? Was? Das Bild einmal heile machen Guck mal, hier ist noch was Was kannst du hier machen? Warte Oh Hagrid, aber ich kann nicht zaubern Ja, was möchtest wir machen, bin jung Ja, ja, ja Haben wir Ich weiß nicht, wie wir wieder hochkommen Oh ja So Warte mal ab Was kann man denn mit den anderen machen? Komm mal hierher Mitte Rechts Oh, oh, nochmal runter Jetzt wieder hoch Ja Ja Ja, also man kann die ganze Menge mit Teamplayer errichten Oh, komm wir jetzt in den Griff Ähm Warte, komm mit Das ist ein Türgriff Den brauchen wir unten Brauchst du nicht mehr, komm wir sind hier durch Hey Guck mal, hey Chris Ich bin noch nicht ganz durch Okay Ich bin nur, okay Also die Münzen, die verschwinden auch Also wir müssen ja noch wirklich quasi fast direkt einsammeln Au Keine Oh, du warst im Weg Ich wollte das abknallen Ich bin ehrlich lang Nee, jetzt die Tüche Nee, die sind nur zum Äh, hochheben Der ist als nächstes dran Cool, ich hab ja ein bisschen zu Ah Also müsst ihr ja alles klar bekommen Bist du weh? Hüpf nicht so rum, sonst seh ich nichts mehr Aber ich muss irgendwas tun Guck mal, ich bin hier am Aufnehmen Und ich bin, ich kann nicht zaubern Vergiss du Katronzauber Du wirst dein böser, junge Harry Echt? Hallo Ja, ich kann jetzt auch noch keine Dings ändern Also keinen Charakter Später können wir ja noch Charakter Wir können die Lust haben Ja Oh Hallo Wie man sieht Ich bin gerade umbrauchbar Oh, das Münzen Ja, ich guck kurz Und wo sind wir hier? Was sind wir hier? Mit der Schwerverzaubernau Das war schon Du musst uns schön umgucken Und du kannst es fast verzaubern Ich kann Ich habe heute kein Zauberstab Ich kann nichts machen Das ist voll doof Hey, das ist Quirrell Was bist du da? Ich bin der Fahrt Ja, krass Ja, mal gucken, was man auch so findet Wieder rauf Ich dachte, man kommt ja wieder rauf Weil er hat schon so'n Ne, geht nicht Okay Okay Gehen wir mal drücken weiter Ich finde, man muss ja nicht zusammenbleiben Halt es mal Halt es mal Gehen wir mal drücken weiter Nee So, kann sein Geh mal da rauf Geh mal da rauf Voll gemein Aber irgendwie muss man noch da oben rauf kommen Achso, so Marci Ich nicht in die Fett reingucken So Äh, w-w-was Zaubertrank Ich habe hier gerade irgendwas in der Hand So'n 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 Spender Ja, komm her Ja, bring ihn mal her Die ist hier, guck mal Du siehst auf dem Zaubertrank, was du brauchst Du musst mal hier den Dings verzaubern Genau Danke Zaubertrank Au Au Das passiert, wenn ich koche So, hier krieg ich Geld Und Du B hast du gezogen Mit B Ja Ich fall da erst mal hin, weißt du Und du Plupp Schön Ich hänge Wie du hängst Im Kabel Komm mal die Bücher auf Alter, bist du reich Haben wir hier noch irgendwie was? Ja, gute Frage Du könntest doch allein gehen Das musst du mich ja nicht holen Äh, warte mal Ist King auch? Hier kann man auch irgendwas nachgucken, glaube ich, oder? Sind wir uns jetzt am Ende? Ich weiß nicht mehr Ich darf die Lampen mitmachen Ja Na, blau-Mitte 2 von 8 Eine Attacke Ja, hier gibt's dann auch nochmal was Boah Also zwischen durchführen mir leider Frames Aber das ist nicht so schlimm Ups Ich mach nochmal kurz bitte einmal Faustink an Ich will mir kommt, dass es dann besser wird Problem ist halt, wenn wir Sobald wir, ähm Voneinander weggehen Aua Was denn? Hat grad so'n blödes Licht gegeben Darf ich mit dem Mann reden? Und dann noch nicht warte, bis du fertig bist Dann musst du auch die Lichtchen anmachen Ja, ich kann das in München sammeln Äh, München sammeln Genau Ich sammle die Bayer Den Bayerloch Und das will schon ein bisschen hingestellt werden Ach schön Boah, kann ich hochlaufen? Oh, mach's mir leid, da Oh, einmal hoch, bitte Hey Okay Und dann war das hier Was? Was hab ich denn da gemacht? Ich weiß nicht Ist das ein Hühnchen? Hühnchen? Das klang wie ein Minecraft-Hühnchen What the fuck? So Nee, da vorne will ich noch nicht hören Ich muss Hallo sagen Wir können hier noch nicht rein Achso Ich dachte, vielleicht kann man hier Ah, hier Davon gibt's mehrere, glaub ich Oh, jetzt noch eins Wie man sieht, wir haben jetzt den Wengel Also, man In dieser Lego-Welt Ich weiß, der Spiel ist zehn Jahre alt Man muss eigentlich nicht mehr viel erklären Aber ich möchte natürlich so gut Ich kann trotzdem versuchen Ähm Man kann wirklich alles bewegen Zerstören, kaputt machen Und so weiter und so fort Also Ich hab eine Menge Möglichkeiten Hier sind noch ein Büchlein Man kann wirklich eine ganze, ganze Menge Interagieren Also es macht wirklich Spaß Ich hab's ja damals schon mal gespielt gehabt Da war dann leider dieser eine Bug Den das Spiel leider beinhaltet Aber den hab ich jetzt mittlerweile auch eine Lösung gefunden Zum Gehen Das sehen wir dann später So Darf ich, darf ich, darf ich, darf ich, darf ich, darf ich? Ja Hallo Was geht ab? Ach, wie geil ist das denn? Das stimmt ja sogar Ja Ach, wie geil ist das denn? Ja Ich bin Ich bin Hey, ich bin der Kile. Wat? Ich kann das wechseln. Ich bin nicht der Goblin. Ich kann das ja auch machen. Tommy, Mr. Goblin. Goblin, Mr. Yeah. Ui. Du feuerkukken. Ja, ich bin dabei. Ja, das ja. Kannst du hier aufmachen, ne? Mhm. Warum folgt der mir denn? Du siehst, wir fänden so gut wie alle Mützen, ne? Mhm. Das siehst du oben an dem Zeichen, was wir da eben hatten. Guck mal, wir sind fast voll. So, aber das war's doch, ne? Ich glaube ja. Guck mal hier noch mal, ob da noch was ist. Hier ist wohl nix mehr. Noch doch hier. Ja. Ja gut, das kannst du aber noch machen. Ich kann nämlich nicht zaubern. Ich glaube, Lens kann nicht zaubern. Kriege ich jetzt zwei oder fünf vielleicht auf? Oder geht's doch nicht später. Okay, ne, wir können weitergehen. Ich krieg nichts mehr auf. Oh, waaah. Um, 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 Hagrid. Guck mal. Ja. Hegur. Es gibt nicht mehr auf die Seine, oder? Machen wir mal kaputt Manni, Manni, Manni Ich möchte mal sehen, aber das geht nicht Nein, nicht um mich Nein, 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 nein Okay Äh, was soll Einige Melde werden auf deine Handlung reagieren, versuche dem zuzwingen und sieh, was passiert Geh hin Wie winkt man überhaupt? Mit Kreis Da, wo du zum Beispiel zauberst und interagierst Oh Gott Endstation, bitte aussteigen Ausstieg in Fahrt, bitte rechts So, komm mit Hallo, warte doch mal Oh Gott Das kann ich dir sagen, ist eine ganz wichtige Stelle hier unten Ach ne, hier nicht, warte, 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 hast du hier vergisst? Das gibt nicht nachher noch einige, äh, Kerke, wo man halt erstmal rein kann, später nicht, oder so Äh, äh, ne, erstmal nicht rein kann, aber dafür später, oder sowieso, oder was Oh, sind wir voll? Hier ist noch ein Schloss Ja Erstmal wollen wir hier gucken, oder? Ja, klar Christian kaputt Nee, aber die Lampe Oh, nee, geht nicht Ich darf es ihm nicht näher kommen Oh, hier Du kannst aber ziehen Kannst du ihn noch reinziehen? Das ist der große Schlag Und ich brauche ein Herz Geil Was, sind wir mit dem da drüben? Das gucken wir jetzt auch nochmal, was da drin ist, bevor wir da reingehen Wer weiß, welches wirklich wem gehört Hey Na ja, guck mal, ob ich das auch machen könnte So, das geht selber Nee, 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 nee Das sieht nach unserem aus Oh, oh, oh Oh, du Idiot Ja, was war das denn? Ich habe mich bewegt Dumm Ähm, ja Ich habe das andere noch nicht abgeknallt Wir haben Münzen verloren Ach, dann war das Dann war das andere Ja, ich dachte, dass das Wo ich jetzt reingehen bin Ähm Musst du nicht sehen, welches, welches Fach Äh, Dings gehört Entschuldigung Ja, da hast du den Potter nicht geguckt Ich wusste nicht, ob links doch jetzt Das eine sah nach Goldmünzen Und das andere hat aber auch irgendwie Schätzungen Und was Hm Dann mal reingehen Nö Geh nicht mehr Geh nicht mehr Fuck Okay So Oh Wir haben eine ganze Menge mehr zu gefunden Das wusste nicht Da geht's hier rein Oh, die waren das Zauberstab So, mein Freund Ich will jetzt, dass du dir einen Zauberstab hast Das ist wohl der falsche Probier mal den aus Probier mal den aus Oh, ähm Hm, nee, das ist nicht der richtige Tut mir leid Probier mal mit dem Oh, bitte Oh, der fühlt sich aber gut an Der liegt gut in meiner Hand Und der glitzert Yay, Zauberstab Du darfst auch zaubern, aber du kannst nicht Vielleicht kann ich ja schon so Chbumm machen Lable abgeschlossen Freispiel freigeschwein Wir können nochmal durchgehen Ganz theoretisch Wir haben nicht alles gefunden Ja, aber gut Wir können auch noch nicht alles aufmachen Aber guck mal Also, say what Das war das In der Schatzkamera Bestimmt Oh, 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 oh Yay Viel in Gefahr War auch noch gelöst Stimmt Und den goldenen Stein Einer von 200 Zwei in 200 Äh, von 200 Tja Vielfans für euer 1. Level Jetzt immer Ich weiß nicht Okay, weiter Das ist wie gesagt In der Makro-Folge Schenken 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 Schnitzel Bist du meine Hermine Ey, aber es geht ab, Kleiner Oh, Gott Schenken 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 Hast du den Fail in der Story gefunden? Ja, die Brille war erst im Zug. Genau. Cool. Ups, Entschuldigung. Ich habe noch jemand drin gewöhnt, dass das Mikro jetzt anders hängt. Du bist jetzt an den Winkel von dem Mikrofon. Achso. Ja, herzlich willkommen in Hogwarts. Ich bin die neue Erdklasse. Das sieht voll widerlich aus. Achso. Ravenclaw, Gryffindor, Hufflepuff und Glösserin. Voll böse. Haben sie doof gemacht. Eigentlich hätte er ja noch oben schweben sollen. Auch nicht mal aufgesetzt. Ja. Es ist ein Lego für entspannlich, ne? Okay, ich bin Run. Bist voll. Aber kann ich jetzt auch zaubern? Wie sieht man das? Hm? Wie sieht ich dann? Hm. Achso. Du bewegst das. Ah, okay. Okay, krass. Ach, dass du immer im Weg sein musst. Ähm. Komm nicht weg. Ah, jetzt. Ja, das Spiel hing gerade. Aber wir können ja noch die alte Zaubersprüche, ne? Nee, wir können wegen dem Gewürzer nicht. Oh, Spinnenweben. Warte. Ne, den lernen wir ja noch. Rein theoretisch. Ja. Da kommen wir ja raus. Oh nein, wir können das noch nicht. Gut. Aber wir können auch alles frei begehen. Also wir können ja später hierher, wenn wir die Zaubersprüche gelernt haben. Oh, oh, oh. Ja, dann gehen wir nicht raus. Mehr scheint hier nicht zu sein. Wir können rausgehen. Ja. Achso, wir sind Quid, ne? Au. Warte geht einfach. Nein. Komm, wir gehen weiter. Ähm. Ich darf nicht raus. Ich muss mit dem Wett. Ist da noch was zum Schießen? Nee. Wir müssen beide sein. Nächster Raum. Hallo. Noch mal zum Demolieren. Nee. Hauptsache, wir nehmen alle Münzen mit. Na, oh. Feuer. Oh. Äh. Ups. Entschuldigung. Also hinter. Hinter glänzt was. Ah, griffener Junge. Beigeschaltet. Charakter. Ah, wir können den Charakter spielen. Entschuldigung. Ihn hab ich gerettet. Ah, wie cool. Hm. Ich will in Gefahr. Wofür war der jetzt in Gefahr? Keine Ahnung. Ähm. Ähm. Oh, das bräuchte ich wirklich auch. So was kann ich voll gut gebrauchen. Ah, geht doch. Oh, hier ist jemand. Guck mal. Das ist schön. Mhm. 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 Ich dachte gerade, ich hab Chip und Chip gehört. Du kannst stören. Aber krass, dass man hier alles machen kann, oder? Mhm. Oh, Tauberischach. Ja, cool. Und wenn man sich überlegt, man kann hier später das ganze Level nochmal machen, bis wir mit ein paar mehr Tauber sprechen. Das ist ja nicht schon ganz angenehm, würde ich sagen. Ach cool, du kannst mehrere auf einmal. Ja, genau. Ach so. Mal hier, mal hier vorne. Hä? Du bist falsch. Oh. Ah, das ist immer Hermino. Du kannst doch auch die Tauber sein. Du kannst aber auch was wählen. Wie denn? Mit, äh, Dreieck. Hast du gerade deine Ratte? Ich bin eine Ratte. Ich bin eine Ratte. Na leu, du kannst doch Hermine mit Dreieck auswählen. Dreieck? Ah. Jetzt bin ich Ron, nicht Harry. Jetzt bist du meine Hermine. Warum sind hier Münzen? Warum sind sie nicht da? Und hier? Ich krieg die nicht kaputt. Oh Gott, was man sich hier alles erkunden kann. Wir werden hier so viel Spaß haben, ne? Glaub mir. Ja, die Wappen musst du auch nehmen. Ah, tatsächlich. Das sind so versteckte Errungenschaften, die man hier halt so aussehen kann, ne? Genau. Oh, kann ich Pause sprechen, oder? Nee. Oh, cool, dann geht's gut. Äh, wenn ich jetzt... Achso. Oh, cool, dann geht's gut. Äh, wenn ich jetzt... Ciao. Tschau. Wird sie vergessen. Ja, haben wir alles, ne? Ich war schon ganz rechts. Außerdem hier noch was im Raum vergessen, vielleicht? Oder warum? Glaube ich nicht. Ja. Wir können ja noch... Können wir gar nicht um Gebühr sein. Ist nur das hier. Aber... Wir wollen ja nicht wieder zurück. Au. Ne? Das war mein Landversierungsbereich. Entschuldigung. Okay. Then go. Oh, jetzt geht's wieder weiter. Ja. Wir müssen hoch und runter, ne? Ja, erstmal müssen wir hoch. Hier geht ja gerade noch nichts. Wir können dann hoch gehen. Oh, nö. Nicht wieder ich. Ah. Komm mit deine Ratte. Wohin denn? Hier durch das Rohr durch. Check mir die Ratte. Ja. Versuch ich ja. Bei B. Mach ich ja. Wenn du vorstiegst. Mhm. Jetzt hab ich Kratzer beschworen. Ja. Auf den müssen wir schießen. Warum? Zuwinken. Eigentlich schon. Ah, zuwinken. Der war verböse. Diese Münzen gefallen mir nicht. Was denn das hinweise. Münzen. Oh Gott, wie viele Münzen hier kommen. Warte. Aufgeschossen. Die haben wir schon. Hä? Geben die öfter? Dreimal. Toll. Ja, cool. Münzen oder Münzen, ey. Krass. Oh, kaputt gemacht. Oh. Warte, ey. Oh, wir sind geil im Libriosa wieder aufhebbar. Ja. Oh, die Dinger hier gehen die auch noch mal? Ne, ne? Haua. Ja. Ja. Hey. Die Kerzen habe ich schon. Ja, okay. So. So. Ähm. Nachmittag kaputt. Ja. Ah, das meine Münzen. Aber die geben nicht dreimal. Naja. Der kann beworben nochmal. Der hat sich ausgeführt. Der hat der lidt gegeben. Okay, immer wieder aber rede ich Vollgas. Und natürlich, dass wir das beide kreuz und quer rumlaufen, dass wir zusammen zur arbeitenden aber das ist jetzt glaube ich schon ganz okay, oder? Geld ist Geld. Ja. Manni. Otto, wir haben eine Herde, der Böschte irgendwie. Oh, was hast du gemacht? Nee, was? Ja, da wurden gerade Zahlen angezeigt. Die hast du noch nicht gesehen, weil wir nicht zusammen spielen. Müssen wir jetzt zusammenbleiben, haben wir das ganze Bild. Geh mal aus dem Wiki. Da. Geh zum Unterricht, um mehr Tausprünche zu lernen. Aber Unterricht kommt erst in der nächsten Folge. Ach so. Man kann Kerzen machen übrigens, oder kaputt machen. Was? Man soll diese Kerzen auch kaputt machen. Sechs Stück. Welche Kerzen? Man muss nämlich sechs Sachen kaputt machen. Ach, wie cool. Oh, wie toll. Siehst du, was hier oben hast? Ich hab' die weiße Kerze, oder? Ja. Oh, hebst du mal die ganze Sache auf? Alter, wie viel? So viel Loot. Oh, ich hab' die hochkommelt. Darüber geht nix. Ja, ist hier noch eins von diesen Kerzenlingern. Warte, wo du hier bist. Ähm. Was? Guck mal da rum. Wo? Ach so. Da ist der Typ. Der hängt da. Wo? Ich muss mal runterkommen. Ich habe. Oh. Ähm. Wo dann? Genau hier bei mir. Kriminell runter. Äh. Da hat man ja ein Wesen ab, oder so? Ah ne, wir haben die Bücher stapeln können. Au. Wah. Weit. Immer tut sie mir weh. Ah, es fehlt noch ein so ne scheiß Kerze. Wo ist die denn? Wir haben nur fünf von sechs gehabt. Oh. 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 Aber vielleicht kommt die ja nachher noch. Weißt du nicht, ich sehe hier auch nichts. Nee, ich sehe auch nichts mehr. Ja, aber wir müssen jetzt mal aufnehmen, Freunde. Wir sind durch. Wie kannst du mal nach der ersten Folge mal sagen, wie dir das gefallen hat. Bis jetzt. So. Also es ist sehr, sehr umfangreich und wir müssen euch sehr, sehr viele Sachen suchen. Also der Ludlinger-Spec gefällt dir, oder? Das ist cool, ja. Also wir müssen uns natürlich sagen, wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge wieder. Ja. Geil. Und dann, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Und bis bald. Tschüss. Bis bald.